Moin moin zu Let's Play Wolfenstein Video Order. Wir sind immer noch bei unserem lieben Fifi, wie wir letztes aufgehört haben. Wir werden es jetzt einfach mal hier versuchen, die Krang vorbei zu schleichen, obwohl das jetzt immer noch ein paar Blatt ist. Ah, ich hat es gut. Komm ab, du Affe. Ich renne einfach. Alle Stationen brauchen wir nicht. Haben wir noch genug? Wir rennen da jetzt die ganze Zeit hier mit. Ich hoffe nicht. Aber bestimmt gleich. Hier durch. Breche wird er? Ich hab's gewusst. Ach, wir können auch schießen. Stimmt ja. Komm ran. Wie ist die ein Scheißdreck interessiert? Du schießt auf die und dann kommen die trotzdem gemütlich mit dem Knüppel auf sich zugelaufen. Aber kein Stress. So, hier können wir auf jeden Fall in den Fahrstuhl fahren. Wir gucken trotzdem nochmal hier ein bisschen an uns um. Wir sind bei nur Zellen, 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 Zellen. Ist erstaunlich schlecht bewacht, muss ich sagen. Dafür, dass es hier angeblich der Knäste sein soll. Da würde ich auf jeden Fall nochmal dran arbeiten, Herr Totenkopf. Oder wer auch immer hier das Sagen hat. Also bloß General, wer das Sagen hat, ist noch gar nicht raus. So, ach du Scheiße. Ja, dumm. Nicht aufgepasst. Ja, schön. Aber man hat dann auch wirklich keine Chance nochmal abzuhauen. Wenn die schießen, dann schießen sie. Lalalalalalalala, double charm, double charm, double charm. Ups. So, jetzt sind wir mal wieder hier. Tja, das ist ein Block B. Man muss auch das sein, jeder. Headshot. Headshot. Irgendjemand schreit da wild vor sich hin. Können wir hier... Ach, wir können... Ah, okay. Wir können auch zwischen Schuss und Schweißgerät wechseln. Gut, dann fahren wir halt mit dem Fahrstuhl. Und dann diese Scheiß... Ach nee, das ist das Traum. Doch nicht. Ich dachte, es wäre das Traum. Und dann können wir jetzt ja die Dinger ausschalten. Hier spricht Generalstrasse. Viele von Ihnen kennen mich. Viele von Ihnen hassen mich. Aber ich bin auch der Mann, der Ihnen die Freiheit bringen kann. Ich bin die letzte Hoffnung. Ich bin ein Freund des menschlichen Gänztes. Ich glaube, dass dieser Geist in Ihnen wohnt. Da, B2. Zeit, die Monsters hier im Käfigen zu lassen. Sie haben mir mehr zu tun verhüllt, als sie uns bisher gezeigt haben. Nur richtig, dass sie eine kleine Höhe... Das ist ein Feind. Ah. Gefresselt wie die Tiere. Wie Gottverdammter Tiere. Die Generalstrasse redet sich ja dabei nur mundfußig. Oh ja, das haben die VSM lassen. Hören Sie mal. Gut. Zack. Zack. Hoffentlich sind das auch die, von denen wir denken, dass die sind. Ja, das ist natürlich beim letzten Harbert. Und jetzt aber. Geht doch. Hallo, helfen Sie mir, dieses Ding abzunehmen. So, mal gucken, wer sich da drunter versteckt. Ach nee, guck mal an. Ich habe mich schon auf den ewigen Schlaf eingerichtet. Da taucht auf einmal dieser verdammte Teufelskerl aus dem Nichts auf. Was haben Sie nur getrieben, Bleskowitsch? Lassen Sie mich mal. Schießen, stechen und Soldaten erwirken. Wir können uns ans Werk machen, Fergus. Na dann, nichts wie raus hier. Auf dem Weg nach draußen erledigen wir noch ein paar Huren. Vorsicht mit der Tür! Feuer! Oha. Jetzt geht's los. Und so, da oben können wir was schweißen. Immer mit der Ruhe, Junge. Ich bin doch schon drin. Bleiben wir doch mal. So, da sieht man wieder sehr viel. So, und jetzt eiskalt in den Rücken fallenden Affen. Oder auch nichts. Das ist wieder so ein Affen. Bitte meusel ihn diesmal sofort. Ah, super. Speer haben wir freigeschalten. Genau das Richtige. Automatische Schrotflinte. Uiuiui. Sehr schön. Das für ein Monster. Können wir den Knopf drücken? Nein. Schön euch zu sehen. Ah, guck mal hier. Ohne die Schustung. Immer mit. Ja, streicheln. So. Schön die Beine weggeschossen. Die sind wir schon durchgekommen oder was? Ich treffe ihn doch göttlich. Ich höre ihn doch nicht. Ist das alles, was ihr könnt, ihr dreckt rein? So, lass mal den ganzen Schnulli hier einsammeln. Zack, zack, zack. Ist das alles so eine Kontrolle? Ja, man sieht. Jetzt. Okay. Er lebt wenigstens noch. Puh. Sie und ich, Blazkowicz. Wir kommen verdammt auch mal hier raus. Ich dachte schon, hell. Das hätte ja jetzt wahnsinnig viele Punkte gebracht, wenn die jetzt alle abzunehmen würden. Ja, ja, ja. Das hier eine muss so hetzen in dem Spiel. Da liegt noch ein Medi-Pack. Die Verriegelung lässt sich nur zu zweit öffnen. Müssen beide Knöpfe gleichzeitig drücken. Wenn ich es sage, drücken Sie. Juhu. Drei, zwei, eins, jetzt. Pusch. Wie sie alle rausfallen, als ob sie da gestapelt drin waren. So. Los, durch. Ja, ich bin schon durch, Junge. Der Hund wütet wohl schon hier unten rum? Ich ziehe ihn zu. Oh, wer schießt, wer schießt, wer schießt? Auch wenn? Wenn wir da schrutteln, da auf Entfernung ist ein bisschen scheiße. Oh, wer? Ah, ey. Wir haben hier mal Sturm. Oh, ey. Das Ding ist ein bisschen scheiße zu steuern. So, kommt jetzt. Ich schießt doch schon. So, die Dinger gehen wir wenigstens auch vorhin, die sind schnell kaputt. So, überlegst du, da läuft es auch mal abgebatzt. Ich seh ihn ja nicht mal richtig, da unten. Aber wischt. Das ist etwas. Bis die Typen da all den Scheiß-Dreck interessiert. Ich bin nicht so der große Schütze am Kopf. an der Konsole, muss ich dazu sagen. Habt ihr vielleicht schon mitgekriegt. Ich brauche mal ein bisschen länger, um da oben dich zu zielen. Also, du maustest dann. Dein Gehirn schiebern doch eher mal hinzuschicken. Auch klar, dass er noch kommen muss. Okay, jetzt den Schalter machen wir. Genau richtig. Los, nichts hier raus hier. Diese Stadt hält es auch wenn wir schnüren. Oh, da lebt noch. Bin ich jetzt hier richtig? Bin ich richtig? Ja, gut. Also, das ist das Vieh hartnäckig. Den haben wir kurz hier hinter. Während er sich da einen abquasselt. Kommen wir hier durch? Nein. Boah, er liegt dort einfach. Ach, jetzt haben sie auf einmal alle Waffen. Und dann ist sie. Für uns von seinen Blüten stütteln um. Auf einmal haben sie alle. Hey, drei Uhr, neun Uhr. Auf einmal haben sie alle. Ja, laufen wir doch nicht ins Visier. Nutzlose Regimeärsche. Tötet sie alle. Dann ist man so eine Scheiße. Schussanlage. Dann haben wir noch kaputt. Dann kommt natürlich eine von hinten. Einfach reinhalten. So, jetzt kommen wir auch hier rein. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts weiter. Nichts ist. Was denn? Oh, er ist stark. Oh, kann das sein? Dann laufen wir auch so langsam. So, jetzt haben wir Schutt. Alter Schwede. Wie tust der? Niemlichstens trifft er nicht viel auf die Entfernung. Jetzt liegen wir auf einmal bloß. Das ist wohl irgendwo. Ach, jetzt sind wir hier, wo er am Blut noch hängt, aber nicht mehr hängt. Ach, du Heiratte. Schnelles Ziel. Keine Ahnung, was wir gemacht haben. So. War's das denn jetzt? Hier kommen wir jetzt bloß wieder hierher, wo der Kommandant war. Und hier hinten war das. Da hat auch noch was. In den Helden liegen die Sachen wieder hier. Die Sachen liegen tatsächlich wieder da, die wir schon mal eingesammelt haben. So. Dafür, dass der ganze Welt von den Typen regiert wird, sind es aber relativ wenig immer, die da kommen. Wir gehen nochmal dort rein, wo der Schotzen-Typ rauskam. Oh, hier gibt's noch ein paar Krenätchen. Sorgt für Unterstützungsfeuer. Ne, Quatsch. Ja dann. So, da können wir nochmal laden. So. Verwischt. Ja, 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 ja. Weiter. Das liegt noch. Gehe ich? Das ist leer. Ich nehme alles zurück, dass es wenig sind. So. Was? Ach so, ist er. Okay. So, habt ihr jetzt alle fett weggekriegt? So, gut. Und wir bleiben einfach mal hier vor diesem wunderschönen Waffenschrank stehen, weil wir haben schon wieder unsere 14,5 Minuten voll. Das war Part, was weiß ich, irgendeiner, keine Ahnung, ich habe die Übersicht verloren. Aber ich hoffe, ihr seid beim nächsten auf jeden Fall wieder mit dabei. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Hauen sie rein. Hauen sie rein. Hauen sie rein.